Herzlich willkommen zum ersten von drei Teilen des Lehrfilms über den Laborversuch Ultraschallprüfung. Im ersten Teil wird der theoretische Hintergrund zu Schallwellen und dem Pieze-Effekt erläutert, im zweiten Teil wird das Ultraschallprüfverfahren erklärt und im dritten Teil die Handhabung des Ultraschallprüfgerätes, sowie eine kurze Probeprüfung durchgeführt. Wofür wird die Ultraschallprüfung eingesetzt? Mit Hilfe der Ultraschallprüfung ist es möglich, Fehler im Gefüge, wie zum Beispiel Risse, Lunker und Einschlüsse an Bauteilen zu erkennen, ohne das Werkstück dabei zerstören zu müssen. Daher zählt die Ultraschallprüfung zur Gruppe der zerstörungsfreien Werkstoffprüfverfahren. Die mögliche zu prüfende Materialdicke liegt ungefähr zwischen 5 mm und 5 m. Materialdicken unter 5 mm sind in der Regel nicht prüfbar, weil sich eine sogenannte tote Zone ausbildet. Ursache hierfür ist in der Frequenz und materialabhängigen Wellenlänge des Ultraschalls begründet, wenn das Impulsechoverfahren angewendet wird. Doch dazu im zweiten Teil der Lehrfilmreihe mehr. Bevor wir speziell auf die Ultraschallprüfung eingehen, schauen wir uns zunächst die Schallwellen allgemein an. Eine Schallwelle ist eine räumliche Ausbreitung einer Schwingung. Damit sich diese ausbreiten kann, muss ein Medium vorhanden sein, in dem die Masseteilchen elastisch gekoppelt sind, wie zum Beispiel Stahl oder Luft. Eine Schallwelle wird bestimmt durch ihre Wellenlänge Lambda und Frequenz f. Zum besseren Verständnis der beiden Größen betrachten wir die Welle in einem Diagramm. Dabei steht die y-Achse für die Auslenkung und die x-Achse für die Zeit. Tragen wir dort nun eine Welle ein, so ist die Wellenlänge Lambda der kleinste räumliche Abstand zwischen zwei gleichen bzw. sich wiederholenden Punkten. Die Zeit, die dafür benötigt wird, bezeichnet man als Periodendauer t. Die Frequenz ergibt sich als Kehrwert der Periodendauer. Staucht man nun die Welle, wird die Wellenlänge und Periodendauer kleiner und die Frequenz somit größer, da sich nun mehr Perioden innerhalb einer Zeitspanne wiederholen. Die kleinste messbare Fehlergröße ist abhängig von der Wellenlänge, der Ausbreitungsgeschwindigkeit, d.h. die Geschwindigkeit, mit der sich der Schall in einem Medium bewegt, und der Frequenz. Dazu aber später mehr. Bei Schallwellen unterscheidet man zwischen denen, die für das menschliche Gehör wahrnehmbar sind und zwischen 16 Hertz und 20.000 Hertz liegen. Unterhalb von 16 Hertz spricht man von Infraschall und oberhalb von 20.000 Hertz bzw. 20 Kilohertz handelt es sich um Ultraschall. Diese sind für das menschliche Gehör nicht mehr wahrnehmbar. Diese Schallwellen können verschiedene Wellenformen annehmen. Die bekanntesten sind Longitudinal- und Transversalwellen. Bei Longitudinalwellen ist die Schwingungsrichtung der Teilchen parallel zur Ausrichtung der Schallwelle. Sie können sich sowohl in Festkörpern als auch in Flüssigkeiten oder Gasen ausbreiten. Bei Transversalwellen ist die Schwingungsrichtung der Teilchen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Schallwelle. Sie können sich ausschließlich in Festkörpern ausbreiten. Der Grund hierfür ist, dass nur Festkörper Druck- und Scherkräfte übertragen können. In Fluiden hingegen können keine Schubkräfte übertragen werden. Erfolgt eine Schrägeinschallung einer Longitudinalwelle, so wird diese in bis zu vier Wellen aufgeteilt, wenn diese auf ein zweites Medium mit unterschiedlichem Schallwiderstand trifft. Zunächst werden aufgrund des Reflektionsgesetzes zwei Wellen reflektiert. Einmal wird eine Longitudinalwelle im selben Winkel reflektiert wie die einfallende Welle, außerdem wird eine Transversalwelle mit einem geringeren Winkel reflektiert. Des Weiteren entstehen zwei gebrochene Wellen, welche in das Werkstück eindringen, eine Longitudinal- sowie eine Transversalwelle. Wie werden die notwendigen Ultraschallwellen erzeugt? Für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung wird meist der piezoelektrische Effekt genutzt. Dabei werden sogenannte Piezo-Kristalle verwendet, wie zum Beispiel Quarz- oder Barium-Titanat. Diese besonderen Materialien verformen sich bei Zug-, Druck- oder Torsionsbeanspruchungen und erzeugen dabei eine Ladungstrennung, wodurch eine elektrische Spannung entsteht. Um diesen Effekt besser verstehen zu können, hilft die folgende Darstellung eines beispielhaften Piezo-Kristalls. Dabei befindet sich an jeder Ecke eine elektrische Ladung. Positive Ladungen sind in Rot dargestellt und die negativen in Grün. Ist der Kristall unverformt, befinden sich beide Ladungsschwerpunkte genau in der Mitte. Das bedeutet, dass der Kristall neutral ist, da sich die beiden Ladungen gegenseitig aufheben. Wird nun der Kristall aufgrund einer Kraft, zum Beispiel von oben und unten, auf Druck beansprucht, verschieben sich die Ladungsschwerpunkte. Aufgrund der nun entstandenen Differenz der Schwerpunkte entsteht eine Spannung. Diese kann anschließend ausgelesen bzw. gemessen werden. Trifft nun eine Schallwelle auf den Kristall, erzeugt dieser aufgrund der Verformung eine Ladungstrennung und somit entsteht eine Spannung. Die mechanische Energie wird also in elektrische Energie umgewandelt. Dies ist der direkte piezoelektrische Effekt. Dieser Effekt lässt sich auch umkehren und wird dann als indirekter piezoelektrischer Effekt bezeichnet. Das heißt, dass sich der Kristall durch eine anliegende Spannung und der hierdurch bedingten Ladungstrennung verformt. Um nun Ultraschallwellen zu erzeugen, wird der Kristall mithilfe von Wechselspannung zum Schwingen gebracht. Die Wechselspannung muss mit hoher Frequenz generiert werden, um eine entsprechend hohe mechanische Schwingfrequenz zu erzeugen. Die genaue Frequenz der dabei erzeugten Ultraschallwellen hängt von den verwendeten Kristallen bzw. Prüfköpfen ab, da diese nur in ihrer Eigenfrequenz angeregt werden können. Fassen wir kurz zusammen. Um den piezoelektrischen Effekt zu verstehen, haben wir uns einen vereinfachten Kristall vorgestellt, bei dem an jeder Ecke jeweils abwechselnd eine positive und negative Ladung sitzt. Wird dieser nun beispielsweise gestaucht, verschieben sich die Ladungsschwerpunkte und es entsteht eine Ladungstrennung und somit eine Spannung. Dieser Vorgang ist der direkte piezoelektrische Effekt. Er lässt sich auch umkehren, das heißt, der Kristall verformt sich aufgrund einer anliegenden Spannung, was dann der indirekte piezoelektrische Effekt ist. Die Ultraschallprüfung ist ein zerstörungsfreies Prüfverfahren, bei dem Materialdicken von 5 mm bis zu 5 m geprüft werden können. Eine Schallwelle ist gekennzeichnet durch ihre Wellenlänge Lambda und ihre Frequenz f. Die beiden Parameter stehen in direktem Zusammenhang, das heißt, die Wellenlänge Lambda multipliziert mit der Frequenz f ergibt die Ausbreitungsgeschwindigkeit c. Um Ultraschall handelt es sich erst, wenn der Schall eine Frequenz von 20.000 Hz erreicht oder übersteigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017